Er hätte es mir ja sagen können, dass Frau Binschöer nagebe, aber es ist nicht so. Er hätte es mir ja sagen können, dass ich breit auf den Arbe und anattraktiv bin, aber es ist nicht so. Aber nein, Berlusconi, er hat mich als umbumsbarer Fettasch bezeichnet. Bezeichnet. Warte, da sie ich dir, oren Spred ma grossen lang, Spred grossen lang, Minimine.